Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis ist eigentlich verdient. Für die anderen einmal Speicher, da werden wir mal zulegen. Was haben Sie denn da unten in Ihrem Stutzen drin? Zigaretten. Bitte? Zigaretten. Jetzt erst mal eine durchziehen? Nachher. Warum haben Sie es dann mit auf dem Pfiff? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich sie noch dabei gehabt. Okay, Dankeschön. Bitte.